In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man so einen Crossover Moving Average Expert Advisor automatisieren kann. Wir haben hier einen gelben und einen roten Moving Average und wenn die zwei sich überkreuzen, dann wird hier oben ein Signal generiert, das hier unten eine automatische Positionseröffnung verursacht und wir wollen uns in diesem Video einmal anschauen, wie man das mit MQL5 programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie im Meta-Trader bitte auf dieses kleine Symbol hier oben oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier mal den Namen Simpler Crossover EA, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der OnTick-Funktion gelöscht werden und wir entfernen auch die zwei Kommentarzeilen hier. Wir starten mit einer Include-Anweisung, mit der wir uns die Datei trade.mqh importieren. Die gehört mit zum Lieferumfang von MQL5 und stellt vereinfachte Handelsfunktionen bereit. Danach erstellen wir uns hier eine Instanz von der Klasse Ctrade. Die bekommt den Namen Trade und wir werden sie gleich verwenden, um damit eine Position zu eröffnen. Bevor wir das aber tun können, brauchen wir erst einmal den Ask-Preis und den Bit-Preis. Die kann man ermitteln mit der Funktion SymbolInfoDouble. Als Parameter übergeben wir hier das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Das wird automatisch ermittelt durch unterstrich Symbol. Und im zweiten Parameter geben wir an, ob wir den Ask-Preis oder den Bit-Preis haben möchten. Für den Ask-Preis verwenden wir Symbol-Ask, alles in Großbuchstaben. Und für den Bit-Preis dann entsprechend Symbol-Bit. Normalize Double und Unterstrich Digits sorgt dafür, dass je nach Währungspaar entweder 3 oder 5 Nachkommastellen automatisch ermittelt werden. Als nächstes brauchen wir noch eine Variable für unser Signal. Die bekommt auch den Namensignal und zunächst einen leeren Wert zugewiesen. Für unseren Crossover brauchen wir ein Small Moving Average Array und ein Big Moving Average Array. Legen wir zunächst hier oben einmal fest, dass der Small Moving Average einen Wert von 20 Kerzen und der Big Moving Average einen Wert von 50 Kerzen haben soll. Wir nutzen die Funktion IMA für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit, um für unseren Small Moving Average ohne Verschiebung mit Mode-SMA für Simple Moving Average den Wert auf Basis der Schlusskurse zu berechnen. Bitte beachten Sie, dass Mode-SMA und Preis-Close jeweils in Großbuchstaben geschrieben wird. Das Ganze wiederholen wir dann nochmal für den Big Moving Average. Im Großen und Ganzen ist diese Zeile identisch, aber diesmal wird halt der Big Moving Average Wert genutzt, den wir hier oben mit 50 initialisiert haben. Dadurch, dass das beides hier Input-Variablen sind, lässt sich das später im laufenden Betrieb noch verändern. Die 4 hat hier nichts zu suchen. Im Anschluss nutzen wir Copy Buffer, um anhand der Small Moving Average Definition, die wir hier oben getroffen haben, für Buffer 0, also die einzige Linie, die wir in einem gleitenden Durchschnitt als Signal zur Verfügung haben, zu berechnen. Wir hätten gerne die Daten von der aktuellen Kerze 0 für 3 Kerzen und das Ergebnis wird in unserem Small Moving Average Array gespeichert. Das gleiche machen wir hier nochmal für das Big Moving Average Array und jetzt können wir unser Einstiegssignal berechnen, wenn der Big Moving Average Array für Kerze 1 größer ist als der Small Moving Average Array für Kerze 1 und der Big Moving Average Array Wert für Kerze 2 noch größer war als für den Small Moving Average für Kerze 2, dann haben wir eine Überkreuzung und möchten kaufen, also weisen wir den Begriff kaufen unserer Signalvariable zu. Das Ganze gibt es auch nochmal andersrum, wenn der Wert für Kerze 1 im Big Moving Average Array kleiner war als für Kerze 1 im Small Moving Average Array und der Big Moving Average Array Wert für Kerze 2 größer war als der Wert für den Small Moving Average Array in Kerze 2, dann haben wir eine Überkreuzung in die andere Richtung, also weisen wir den Begriff verkaufen unserer Signalvariable zu. Und wenn das Signal den Wert verkaufen hat und wir mit Positions Total kleiner 1 ermittelt haben, dass wir keine offenen Positionen haben, dann nutzen wir Trade.Cell, um 10 Microlot zu verkaufen, andernfalls, wenn unser Signal auf Kaufen steht und wir ebenfalls keine offene Position haben, dann nutzen wir Trade.Buy, um 10 Microlot zu kaufen. Zu guter Letzt brauchen wir noch eine Chart-Ausgabe, die erstellen wir uns mit Hilfe des Comment-Befehls, der gibt uns dann den Text, das aktuelle Signal ist, gefolgt von dem durch uns errechneten Signal aus. Im Großen und Ganzen war es das jetzt, wem das zu schnell war oder zu viel, der sollte sich einmal den Premium-Kurs anschauen oder die Videos aus dieser Serie nochmal durchgehen. Aber wenn Sie soweit alles haben, dann können Sie hier auf Kompilieren klicken oder die F7-Taste drücken. Das sollte dann hier ohne Warnungen und Fehler funktionieren und falls das bei Ihnen auch so ist, dann klicken Sie hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken Sie die F4-Taste, um in den Metatrader zurückzukehren. Im Metatrader nutzen wir jetzt einen kleinen Trick. Wir klicken auf Einfügen, Indikatoren, Moving Average, wählen hier für die Periode 20 Kerzen aus. Die Verschiebung stellen wir auf 0. Wir möchten gerne einen Simple Moving Average, der auf Schlusskursen basierend berechnet wird, in roter Farbe auf dem Chart sehen. Also klicken wir hier auf OK. Dann wiederholen wir das Ganze. Der nächste Moving Average soll gelb werden und hier möchten wir gerne den Wert auf 50 Kerzen ändern. Übernehmen wir das mit OK. Dann sehen wir hier beide Moving Averages auf dem Chart. Jetzt klicken wir hier mit der rechten Maustaste, wählen Vorlagen, Vorlage speichern und speichern das Ganze unter dem Namen Tester.tpl, denn das ist die Schablone, die im Backtest verwendet wird. Danach klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken STRG und R. Das ruft dann den Strategietester auf und hier wählen wir die neu erstellte Datei simpler crossover.ea.ex5 aus. Bitte markieren Sie auch hier die Option für die Visualisierung und starten Sie Ihren Test. Und so sieht das Ganze jetzt im laufenden Betrieb aus. Wir haben hier bereits eine erste Überkreuzung und einen Verkaufstraight eröffnet. Unser Expert Advisor generiert hier oben fleißig Signale. Wenn Sie den Test stoppen und hier auf Eingaben klicken, dann sehen Sie, dass die von uns definierten Werte hier auch verändert werden können. Ich ändere das jetzt mal für den Small Moving Average auf 30 Kerzen. Bitte vergessen Sie aber nicht, dann auch für die Schablone den Moving Average Wert hier in den Einstellungen anzupassen und die Vorlage erneut zu speichern und zwar als Tester.tpl. Danach können Sie den Test erneut starten und wie man sieht, hat der rote Moving Average jetzt den Wert 30 in runden Klammern. Auch hier wurde ein Signal erzeugt und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie für zwei gleitende Durchschnitte einen vollautomatischen Expert Advisor programmieren können, der auch in der Lage ist, die generierten Signale zu handeln. Außerdem können Sie die Werte für die gleitenden Durchschnitte später zur Laufzeit selber ändern und Sie haben das alles selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5. und Sie haben das alles selbst miteinander Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020